Hey ihr Lieben, Flüster, Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Es ist mal wieder soweit, wir packen die Trendbox gemeinsam aus. Das hier ist die Box für den Oktober. Ja, ich weiß, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran und ich habe leider wieder hineingeguckt oder gesehen, weil ich sie einfach schon so lange hier stehen habe und es dann ja nicht mehr aushalte. Deswegen zeige ich euch aber natürlich trotzdem gerne den Inhalt. Das Thema, der hat diese Malingbox, nennt sich Sunday Morning. Und ich habe zwar ein bisschen hineingesehen, aber mir die Produkte noch nicht ausführlich angesehen. Und das werden wir jetzt gemeinsam machen. Hier steht, dass meine Box von Max gepacket wurde. Dankeschön an die Humex. Dankeschön an die Humex. Und hier steht, na schon ausgeschlafen, sitzt du schon mit dem Kaffee in der Hand am Frühstückstisch oder liegst du noch gemütlich im Bett? An einem Sonntagmorgen ist alles erlaubt. Mit der Sunday Morning Box versüßen wir euch die morgendlichen Stunden, damit ihr entspannt das Wochenende genießen könnt. Es sind auch wieder einige Rabattrugcodes enthalten. Starten wir mit dem ersten. Das war die Säme Hier steht hier mal grünen Natur. Okay. Guten Morgen, Sunday Morning. Okay. Ausgeschlafen und frisch in den Tag starten. Die Träume der Nacht hinter sich lassen. Mit himmlischen Kräutern erwachen. Den Morgen mit offenen Armen begrüßen. Die himmelgrüne Sunday Morning Mischung unterstützt Sie beim Aufstehen. Minze, Thymian, Ringelblume, Arnika, Zinkraut und Salbei schenken Kraft und frische für einen kollungenen Start in den Tag. So ein Duftkissen. Ich glaube, das waren echt schöne Geräusche. Um den Kopf von allen Belastungen und stressigen Gedanken am Wochenende zu befreien, musst du bloß einen kräftigen Atemzug nehmen. Denn ein neues Duftkissen, welches extra für dich angefertigt wurde, wirkt anregend mit dem Duft nach frischer Minze und fördert zusätzlich die Konzentration. Ist von himmelgrün und kostet 13,90 Euro. Seht ihr? Ja. Wirkt sehr belebend. Cool. Wirkt sehr gut. Da triggert nämlich die Verpackung schon extrem. Im positiven Sinne. Die ist so cool. Das ist ein Conditioner für strapaziertes Haar. Repariertes Haar, verleiht ihm neuen Glanz und macht es leichter kämmbar. Die Kraft der Kiefer stärkt die hauteigene Schutzbarriere. Mit natürlichen Inhaltsstoffen und Holz in der Verpackung sparen 40 bis zu 40% Erdöl. Die Kiefer ist gut für uns und die Umwelt. Und die Verpackung ist so richtig, ja, holzmäßig. Mal dran schnuppern. Oh Gott. Wow. Kennt ihr das? Ihr habt so Haarprodukte, die so, so unfassbar gut riechen. In die ihr euch am liebsten hineinlegen würdet. Und das ist eines davon. Wow. Richtig, richtig lecker. Dein neues Haarpflegeprodukt beeindruckt nicht nur dich, sondern dort das besondere Design und die schöne Verpackung hat es auch eine eindrucksvolle Geschichte. Die Verpackung ist und auch der Inhalt, enthaltener Holzextrakter, diese Sorgen wäre wunderschön gepflegt. Und schon in die Umwelt. Und der kostet 16,95 Euro. Wow. Sehr cool. Also den werde ich auf alle Fälle benutzen, benutzen und testen. Okay. Red Stand. Da steht in effektiver Mikroorganismen. Multikraft. Okay, ich weiß, ich muss da nachschauen gleich. Ich glaube, da sprüht man in die Luft. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss mal nachschauen. Ja, Hauptpflanzmittel. Der Sonntag ist perfekt, um sich um die geliebten Zimmerpflanzen zu widmen. Ob Monstera, Palme oder Orchidee, die effektiven Mikroorganismen von Multikraft, versorgen deine Pflanzen mit wertvollen Nährstoffen, kostet 2 Euro. Okay. Da ich nur eine Pflanze habe, werde ich es bei der dann ausprobieren. Ich rieche mal dran. Ich rieche mal dran. Ja. Riecht ein bisschen zu biomäßig. Ich kann das nicht beschreiben. Aber, ja, wenn es dem Pflanzengut tut, dann freue ich mich natürlich darüber. Nicht zu lassen. Hier haben wir morgen die fruchtig-früchte Pflanzengut. Frischer Kräutertee, der ideale Mundermacher. Das war gut, Gräußer. Gucken wir hier gleich nach. Entspannend in den Sonntag startest du mit dem Tee von Salus. Morgentee oder Glückseligkeit. Ja, der kostet 3,25 Euro. Ich habe keine Brille auf. Dann, ja, sehe ich nicht immer alles sofort. Der kostet. Okay. Ja, ich habe keine Brille auf. Ich habe nichts mehr. Die Brot-Ein-Ball Cool Mit Wee-Protein. Sechsmal Kokonat und Macadamia. Kosten wir nach Jellis. Ich glaube, das ist mit Datteln. Ich mag das, ja. Ja, es klebt ein bisschen eng drüber. Okay, Protein-Balls. Mit den leckeren Protein-Balls von Protein-Balls startest du voller Energie in den Tag. Die Pellchen werden auf Dattelbasis hergestellt und dann mit weiteren Zutaten wie Macadamia und Erdnuss oder Goji-Kokosnuss verfeinert. Und die kosten 1,99 Euro. Lecker, richtig lecker. Da haben wir was zu trinken. Kokonat, Mac und Kakao. Das habe ich noch nie probiert. Also Kokosnussmilch mit Kakao. Ist vegan. Kakao. Probieren wir natürlich auch. Okay. Schmecken immer ein bisschen leichter als normaler Kakao. Das ist alles auf Englisch. Aber gar nicht immer so schlecht. Hätte ich mir nicht so lecker vorgestellt. Kakao. Kakao. Kokosnmilch. In deiner Oktoberbox entdeckst du einen schmackhaften Frühstücksbegleiter. Die Mischung aus Kakao, Milch und Kokos bilden eine perfekte Geschmacksharmonie. Kostet 1,79 Euro. Die Mischung aus Kakao. Kaste hope. Kaste hope. Kaste, Kaste heim, Kaste heim. Werbemich, Kaste heim. Kaste heim ... Da steht Zen Zeichnen, Kunst für den Augenblick. Magische Bilder im Hier und Jetzt auf die spezielle Oberfläche der Zeichentafel wird mit dem beigelegten Pinsel und einfachem Wasser gezeichnet. Die verschwinden dann gleich wieder. Und das ist eine süße Idee, finde ich. Auch mal für ein Video. Ich glaube, da könnte man was Gutes daraus machen. Auf alle Fälle. Zähnen zeichnen. Lass deiner Kreativität freien Lauf und verschwende dabei kein Papier. Mit deiner trendigen Zeichentafel kannst du immer wieder aufs Neue Gedanken oder Inspirationen einfangen. Und die kostet 10 Euro. Ja. Cool. Klar, damit werde ich echt auch mal ein Video machen. Magri, natürlich genießen. Tattel Schokolade. Drei natürliche Zutaten. Tattel, Kakaomasse und Kakaota. Kakao. Und probieren wir natürlich auch. Okay. Sieht so aus sehr dunkel, riecht auch schon sehr, sehr kakaoig und reichhaltig. Ich hätte gedacht, sie ist noch weniger süß und sie ist auch nicht so herb wie mancher. Zart, bitter Schokoladen, das mag ich ja eigentlich nicht so, aber die ist nicht lecker. Genau, die kostet 3,65 Euro und die Dattelschokolade von Magri kannst du richtig gemütlich auf der Couch vernaschen. Die Sorte Natur schafft durch die Mischung aus Datteln und Kakao eine fruchtige Geschmacksrichtung und natürlich, die natürlich lecker schmeckt. Die Schokolade kommt ganz ohne Zuckerzusatz aus und besteht nur aus 3 Zutaten. Also locker. Hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Hier haben wir Gurkelwasser zur Pflege von Hals, Mund und Zähnen von Sonnenmoor. Mal schauen, was da so steht. Gurkelwasser optimal für die Pflege deiner Gesundheit am Morgen. Die spezielle Kräutermischung von Frank Fink, liebervoll zusammengebraut, pflegt und reinigt deine Mundhöhle. So verhinderst du die Bildung von Krankheitserregern und beugst zu Infektionen im Hals- und Rachenbereich vor. Kostet 9,38 Euro. Das ist ein Eis hier. Ja. Komm, Mann. Auf alle Fälle nichts falsch machen, glaube ich. . Das ist ein Aprikose- und Mandelfruchtriegel, von denen, also nicht diese Sorte, aber eine andere hatte ich schon mal in der Box, der war lecker und die sind als Snack für zwischendurch, Kosten um 99 Cent und aus biologischem Umbau schonend bearbeitet, mit Bandeln, Datteln, Aprikosen verfeinert und auch Haferflocken. Ja, kann man auch nichts falsch machen, aber den werde ich jetzt nicht aufmachen, denn das wäre sonst schade, wenn ich den jetzt nicht gleich weg esse. Okay. 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 Hier haben wir einen Tinker Porridge Cup. Da braucht man einfach nur 5 Minuten Milch dazu, geben wir 5 Minuten. Oder auch noch Quellen, wie man möchte. Ich glaube, das hat eine gute Frühstücksgröße. Das werde ich auf alle Fälle probieren. Porridge Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Deswegen sollte man auf eine gesunde, ausgewogene Mahlzeit am Morgen achten. Dazu eignet sich optimal der neue Porridge Cup von der Bär. Der schmeckt besonders lecker mit Dinkoflocken und gefriergetrockneten Waldbeeren. Kostet so 1,50 Euro. Kostet so 2,50 Euro. Kostet so zwei, 50 Euro. Kostet so ein, 50 Euro. Kostet so ein, 50 Euro. Was haben wir hier? Fair Ocon, König Vegan, Augencreme, Avocado Aracan. Und das ist glaube ich nicht eine sehr teure Marke. Da hatte ich ja jetzt schon auch einiges in der Box. Und die waren alle gut, die Bruttogutter. Riecht sehr frisch und angenehm. Ja, sehr gut. Nicht so aufdringlich. Fühlt sich sehr, sehr einhaltig an. Werde ich auf alle Fälle testen. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie eine Augencreme. Das ist richtig gut. Richtig, oder? Bin ich gespannt. Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag bzw. Woche kannst du deine müden Augen mit der stylischen Augencreme von E plus M Feuchtigkeit frische verleihen. So beugst du der vorzeitigen Alterung der Haut vor und sorgst für eine lebendige Ausstrahlung. Kostet 19,90 Euro. Okay. Heftig. Heftig. Aber... Darauf freue ich mich auch. Ja. Das ist mega klein. Ich glaube das ist nur in der Probiergröße. Das hätte ich jetzt auch fast gar nicht entdeckt in der Box. Green Tea Body Lotion. Ein bisschen rausgehen. Ja. Jetzt habe ich mir die Nase gepackt, oder? Ja. Riecht sehr neutral und angenehm. Und das war definitiv nur die Probiergröße. Die Reisegröße. Als Reisegröße erhältst du eine pflegende Body Lotion, die durch die Mischung von Olivenöl und Raumkernöl perfekt für empfindliche Haut ist. Der grüne Tee verleiht dem Produkt nicht nur einen angenehmen Duft, sondern stammt zudem aus einem fairen Handel. Denn Fair Squirt versichert dir bei allen Produkten faire Arbeitsbedingungen und eine gute Umgebung mit den Partnern. Die kostet die Reisegröße auch 2,44 Euro. Ach teuer, irgendwie. Aber ja. Ich glaube ich werde mir die einfach in die Handtasche packen. Ja. Ja. Ich würde dich angenehm an. Ich würde dich angenehm an. Ausgemacht. Und da sehe ich schon lecker vor mir. Wie immer. Kostet 4,80€. Das sind ganz, ganz viele Rezepte. Vermies, muss ich hören. Also da sind wir gerade beim Fischhähnchen. Hähnchenrost mit Kartoffeln, Kürbisbraten in den Salat. Laugenbeck. Gefallte Laugenblumen. Gefallte Laugenblumen. Ja. Werde ich mir weiterverlangen? Genauer ansehen. Gefallte Laugenblumen. Ja. Nicht so laut. Gefallte. Das war jetzt, ja, die verspätete Oktober-Trennpacks. Ich, ähm, hab in meinen Patreon schon ein bisschen darüber geredet, weil ich ja schon ein bisschen hineingesehen hab. Und da war ich auf den ersten Blick ein bisschen so, ähm, irgendwie nicht so spannende Produkte. Aber jetzt, wo ich sie, ähm, ja, so ein bisschen näher erkundet habe, finde ich sie eigentlich alle relativ cool. Und gefallen mir. Ja, die Bugs im November nennt sich vielgut. Und darauf freue ich mich auch schon wieder sehr. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Video. Und bis dann.